Achso, es läuft, es läuft schon. Komm mal her, wie heißt sie denn? Ella? So nach hinten. Ja, in die Sonne. Guck mal, die Blut ist. Ich hoffe, ich habe die erzogen. Siehst du? Ich glaube, das ist Frodo, Odi, Odin. Und das ist die Ella. Und wie heißt der? Der ist ja für die Schweiz vergeben, glaube ich. Der hier. Der sucht noch ein Zuhause. Der Odin. 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 Der ist er. Ganz lieb, überhaupt nicht überdreht. Ihr seid ein bisschen frühe. Das ist die Ella. Und ich weiß nicht welch, einer ist froh. Ja, hallo. Odin. Super macht ihr das. Super macht ihr das. Und du? Kommst du raus? Total offen und lieb. Komm mal hier zu. Komm mal hier. Au. Du bist der Gechillteste von allen, ne? Nein. Du bist der Gechillteste, ne? Du schlägst gar nicht aus den Rosen. Na ja. Na komm. Na komm doch zu mir hier. Komm mal hier. Komm. 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 Komm.